Dieses Video zeigt eine verbesserte Listenfunktion für Strukturelemente von Dächern. Warelänge, Elementlänge und die aufgerundete Elementlänge der Dachelemente sind bei Listen und Auswertungen verfügbar. Um den erforderlichen Dialog zu öffnen, aktivieren Sie Dokumentation, Auswertungen und Listen, interaktive Listen und Schemaeinstellungen. Wechseln Sie zur Registrierseite Kriterien Rufmaker, wo nur Inhalte zum Rufmaker zu finden sind. Wählen Sie auf dieser Liste den Subtyp Dachzubehör aus und geben Sie dieses Kriterium zur Kriterienliste hinzu. Öffnen Sie im Dialog die Registrierseite Feld. Hier finden Sie die verfügbaren Parameter und die Listenfelder. Sehen Sie sich an, wie Sie einen neuen spezifischen Rufmaker-Eintrag der Liste hinzufügen können. Wählen Sie Objektparameter hinzufügen von der Klappliste, um den Dialog Zusätzliche Objektparameter zu öffnen. Erweitern Sie die Archicad-Bibliothek nach unten und suchen Sie den Ordner Rufmaker-Bibliothek in der Objektbibliothek und im Unterverzeichnis Add-on-Bibliothek. Das Feld Verfügbare Parameter zeigt sämtliche Parameter des ausgewählten Rufmaker-Bibliotheksteils. Diese Parameter können Sie dem Feld Ausgewählte Parameter hinzufügen. Wählen Sie den Parameter Aufgerundete Elementmenge in der Liste links aus und klicken Sie auf die Schaltfläche Hinzufügen, um ihn der Parameterliste rechts hinzuzugeben und für die Fortsetzung klicken Sie auf OK. Schieben Sie mit Ziehen und Loslassen den neu hinzugegebenen Parameter auf der Liste unter den Eintrag Holzschnittgröße. Klicken Sie auf die zweite Schaltfläche auf der rechten Seite, um den Gesamtwert anzuzeigen und zum Schluss klicken Sie für die Fortsetzung auf OK. Aktivieren Sie jetzt die Rufmaker-Liste aus Dokumentation, Auswertungen und Listen, Interaktive Listen und dem Menü Rufmaker. Markieren Sie Teilung, Überschrift, Text, um die ersten zwei Zeilen auf der Liste zu fixieren. In der ersten Spalte der Auswertung befindet sich das grafische Symbol der Elemente. Die nächsten zwei Spalten zeigen Bemaßungen. Die Spalte Menge zeigt die Anzahl der Elemente, die Holzschnittgröße zeigt die aktuelle Länge und die letzte Spalte Nettovolumen zeigt das Volumen der Dachsperrenelemente. Sie können sehen, dass hier in den Spalten Holzschnittgröße und Gerundete Holzschnittgröße dieselben Werte stehen. Zeigen Sie die Grundrissansicht an und wählen Sie alle Strukturelemente des Dachs aus. Dann öffnen Sie den Dialog Objektauswahl. Wählen Sie den Eintrag Rundungswert unter Listenparameter auf der Parameterregisterseite des Dialogs aus und für den Wert geben Sie 100 an. Wechseln Sie nun wieder zurück zur Auswertung. Hier können Sie jetzt sehen, dass die Daten in der Spalte Gerundete Holzgröße automatisch aktualisiert wurden und jetzt sind sie auf 100 mm gerundet, wie Sie das vorhin angegeben haben. Sie können auch sehen, dass in der Liste nach allen verschiedenen Profilgrößen auch die Gesamtwerte angegeben sind. Die Gesamtwerte der Elemente sind auch am Ende der Liste angezeigt. Die Auswertungsliste können Sie als Excel-Arbeitsmappe oder als PDF-Datei speichern. Bitte beachten Sie, dass die exportierten Dateien nicht nur die numerischen Werte enthalten, sondern auch die 3D-Darstellungen der Elemente. Untertitelung des ZDF für funk, 2017